Hallo, mein Name ist Hermes, ich bin 27 Jahre alt und... Boah ey, mein Skype geht schon wieder nicht, ey. Wie meinst du das? Es geht nicht. Wohin soll es gehen? Oh, jetzt sehe ich dich. Mich? Oh, ich kann nichts hören, ey. Ey, der Typ sieht aus, als wären die Eltern verwandt, ey. Hä? Was? Du bist voll dumm. Nö, und du siehst aus wie Läffchen und kommst auf der Wilhelmstraße. Und du siehst aus wie ein Junge. Boah ey, das tut irgendwie weh, ey. Und deine Mutter ist dein Vater. Und deine Schwester ist dein Hund. Und, und, und dein Hamster ist schwul. Und du bist, und... Was ist jetzt los? Mann ey, du bist voll der Vollidiot, ey. Wieso? Ey, mein krasser Hamster ist gestern gestorben, ey. Was? Schnuffi ist gestern gestorben. Wie? Schnuffi ist das? Ja! Und da kommt auch nichts zurück. Da, mein Schnuffi. Ich wollte noch so ein bisschen baden gehen. So, in der Badewanne. Du bist voll spitzig. Nein, Schnuffi. Schnuffi, komm zurück. Schnuffi, du bist der Beste. Ja, ich hab's nicht. Boah, ich will ein Eis, ey. Was? Mann ey, hast du Eis gesagt? Eis. Eis. Eis? Hast du jetzt Eis zu Hause, oder nicht? Ja, aber nicht so viel. Ey, dann komm ich zu dir und dann essen wir Eis. Aber ich habe nicht mehr so viel. Also ich komm jetzt sozusagen quasi zu dir so? Ne, ich muss jetzt schlafen gehen. Aha. Wie, willst du meinen Hamster nicht sehen? Hamster? Hast du noch einen? Ja, ich zeig ihn dir, wenn du mir so ein Eis gibst. Gut, ich gehe jetzt Eis klauen. Kaufen. Alles klar, und ich gehe meinen Hamster aufgraben. Tschüss, you like the alligator. Also dir war eigentlich nicht so schlecht. Sie ist voll intelligent und, 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 und sie hat einen Hamster und hat schöne Augen. Nein, eigentlich nicht, aber ich muss noch andere gucken. Vielleicht gibt es was Besseres. Ich hoffe, das hat euch nicht gehört. Jetzt mach ich was. Mann, was glaubst du? Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020